Ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Ich segne die Welt, weil ich mich selber segne. Der Segen Gottes leuchtet auf mich aus dem Innern meines Herzens, wo er wohnt. Ich brauche mich nur an ihn zu wenden und jeder Kummer schmilzt dahin, während ich seine grenzenlose Liebe zu mir akzeptiere. Ich brauche mich nur an ihn zu wenden und alles, was ich gemacht habe, schmilzt dahin. Und die Welt scheint uns so sehr in ihren Bann zu ziehen, dass es uns schwerfällt, uns an ihn zu wenden. Und dennoch möchte ich dir sagen, durch ein Training, das du eingehst und an dem du noch Freude finden wirst, das Training, dich an ihn mit allen Problemen zu wenden, das wird dich irgendwann zu einem Punkt führen, wo du nur noch aus ihm heraus in die Welt schaust. Was soll ich jetzt sehen? Was soll ich jetzt hören? Was soll ich jetzt sagen? Das sind Fragen, die wir stellen können und die sofort Platz machen in unserem Geist, wo wir uns dann nicht mehr als Opfer erfahren können. Denn meistens erfahren wir uns als Opfer und es gibt eine Lektion, dass wir eben nicht die Opfer dieser Welt sind. Wir verpassen völlig, wie machtvoll wir sind, wenn wir uns als Opfer darstellen. Es sei noch einmal erwähnt, weil das wird oft missverstanden in der spirituellen Szene, Gott beseitigt nicht deine Probleme, denn er kann keine Illusionen beseitigen. Er kann das, was du gemacht hast, das kann er nicht beseitigen, aber er kann dein Denken berichtigen. Und wenn dein Denken berichtigt ist, dann wirst du das, was du gemacht hast, die Probleme und all die Dinge, die du siehst, dann kann das nicht mehr existieren. Wie schon oft hier erwähnt, wenn ich nicht weiß, dass die Farbe blau existiert, kann ich sie nicht wahrnehmen. Das bedeutet, ich kann nur das wahrnehmen, woran ich glaube. Und wenn ich meinen Glauben, wenn ich mein Denken dem Licht übergebe oder meinem inneren Herzen übergebe, dann werden all die Bedeutungen, die ich den Dingen gegeben habe, korrigiert. Und es steht nicht mehr zur Verfügung. Und wenn wir beginnen, die Welt zu segnen, dann segnen wir uns selbst. Ich segne dich durch die Liebe Gottes. Ich segne jede Situation durch die Liebe Gottes. Und dann werde ich bemerken, wenn ich dann eine Frage stelle, zum Beispiel, zu wem kommt dieses Problem? Dann werde ich wiedererkennen, da ist niemand. Zu wem kommt diese Krankheit? Da ist niemand. Zu wem kommt dieser Schmerz? Da ist niemand. Und durch diese Praxis wirst du mehr und mehr erfassen, das, was der Kurs mit dem ersten Satz schon formuliert, nichts Wirkliches kann bedroht werden, nichts Unwirkliches existiert, dann wirst du deutlich erkennen, dass nur Illusionen deinen Geist besetzt hatten. Und der Glaube an die Illusion hat diese wieder wahrgemacht. Und wir müssen irgendwann beginnen, zu irgendeinem Zeitpunkt. Und den Zeitpunkt, den legst du fest. Und nicht das Ego. Den legst du als der Geist fest, an den du dich immer noch erinnerst, der immer noch in dir ist. Du legst irgendwann fest, diesen Illusionen keinen Glauben mehr zu schenken. Und dann kann es sein, dass dieser Kurs in Wundern zu dir kommt. Oder ein anderer universeller Lehrplan. Das spielt keine Rolle. Der Lehrplan ist auf dich zugeschnitten. Und du hast dich für diesen Lehrplan schon entschieden, bevor du hier inkarniertest. Und deshalb ist es auch kein Zufall, dass du heute diese Stimme hörst, die zu dir spricht. Das alles ist von langer Hand geplant. Denn du hast dich entschlossen, dich deinem Erwachen hinzugeben. Und so könnte man dir jetzt zurufen, beginne zu erwachen. Oder erwache jetzt. Erwache jetzt bedeutet, dass du beginnst zu erkennen, ich muss mich getäuscht haben. Zumindest dies anzuerkennen, ich muss mich getäuscht haben. Das, was ich hier sehe, ist nicht wahr. Dieses Problem kann nicht wahr sein. Und uns wurde schon oft gesagt, dass all unser Leiden, all unsere Opfermentalität aus einem falschen Denken hervorkommt. Also kann es nicht wahr sein, was wir hier wahrnehmen oder sehen. Wir müssen uns offensichtlich getäuscht haben über uns selbst und über die Welt. Das kann nicht wahr sein, was ich hier sehe. Das kann nicht wahr sein, was ich hier denke. Das kann nicht wahr sein, was ich glaube, was mir angetan wurde. Und schon alleine solche Formulierungen, sie helfen dir ungemein. Und dann wirst du tatsächlich erkennen, dass nichts Wirkliches bedroht werden kann und dass nichts Unwirkliches existiert und dass du den Dingen alle Bedeutungen gegeben hast, die sie für dich haben. Und endlich kehrt Vernunft ein in unseren Geist, der zuvor besetzt war, von scheinbar unendlich vielen Dingen. Wir haben Raum auf diese Dinge gestülpt, um uns getrennt zu erfahren. Und dieser Raum existiert in Wahrheit nicht. Und je mehr wir uns an den inneren Lehrer wenden, desto leichter wird es uns fallen. Es gibt tatsächlich keine Trennung. Und je näher du an dieses Erkennen gelangst, desto glücklicher wirst du dich fühlen. Und desto glücklicher wird dein Traum, weil du diesen Dingen keine Bedeutung mehr gegeben hast. Und dann wirst du sehen, dass dieses Problem nur deshalb existiert, weil du ihm Nahrung gegeben hast. Genauso wie diese Sorgen oder diese Beziehungskonflikte. Wie an du nährst diese Dinge. Und indem du sie zurücknimmst, den Glauben entziehst, kann es sich nicht mehr darstellen. Der Segen Gottes leuchtet jetzt auf mich, aus dem Innern meines Herzens, wo er wohnt. Wie wäre es, wenn du dir beginnst, dies vorzustellen oder zumindest in dein inneres Herz hineinfühlst, auf der Mitte der Brust. Du fühlst jetzt in dein inneres Herz hinein und erlaubst dir die Vorstellung oder das Gefühl, dass der Segen Gottes jetzt hierhin leuchtet. wo Gott wohnt, in deinem inneren Herzen. Und das innere Herz ist die Brücke zum Herzen Gottes. Wenn du eine Weile mit diesen Gedanken in der Brustmitte verweilst, wirst du ein angenehmes, wohliges Gefühl erfahren, eine tiefe Entspannung. Ein leichter Schauer kann durch dich hindurchfließen und du möchtest nur noch hierin verweilen. Und das ist das herzzentrierte Dasein. Du beginnst dann nur noch aus dem Herzen die Welt wahrzunehmen. Und je mehr du dies praktizierst, möchtest du gar nichts mehr anderes sehen. Und das ist mit der Aussage gemeint, nur mit dem Herzen sieht man richtig, sieht man gut, sieht man das Licht. Und so werden alle unsere Gedanken oder Dinge, die wir als wichtig erachtet haben, werden in unser Herz gebracht, in unser inneres Herz. Dort ist keine Aufregung, dort ist kein Gedanke und kein Plan, wie irgendetwas zu geschehen, wie wie etwas geschehen muss. Dort ist Frieden, dort sind wir in der Tiefe des Ozeans und nicht mehr die aufgeregte Welle, von der wir dachten, dass wir sie sind, ausgeliefert an die Winde dieser Welt. Nein, wir sind die Tiefe, wir sind die Tiefe der Liebe und haben uns vorgestellt, ein Körper zu sein. Diese Vorstellung, ein Körper zu sein, ist genauso unmöglich wie die Idee, dass das Meer ohne Wasser existiert. Oder kannst du dir das vorstellen, dass das Meer ohne Wasser existiert? Oder der Baum ohne Holz? Oder der Vogel ohne Flügel? Oder die Sonne ohne Licht? Oder der Berg ohne Steine? oder das Tier ohne Beine? Solche verrückten Ideen haben, das soll ein Vergleich sein, wenn es ist völlig offensichtlich, dass das Wasser, dass das Meer nicht ohne das Wasser existieren kann. Und genauso unmöglich ist es, dass wir ein Körper sind, außer in Illusionen, außer in unseren Vorstellungen. Und durch das, durch die herzzentrierte Sicht werden all die Illusionen geheilt. Und wir werden erkennen, dass hierin der Segen Gottes weilt. Und dann beginnen wir, diesen zu geben. und je mehr wir von diesem geben, desto reicher werden wir. Ein Reichtum, der nichts mit dieser Welt zu tun hat. Und wir haben versucht, Reichtum in dieser Welt zu finden, um einen Ersatz für den Segen Gottes zu finden. Um einen Ersatz für die Liebe zu finden. Deshalb lade ich dich noch einmal ein, jetzt deinen Fokus auf die Mitte deiner Brust zu lenken, während ich diese Worte formuliere. Der Segen Gottes leuchtet auf mich aus dem Innern meines Herzens, wo er wohnt. Ich brauche mich nur an ihn zu wenden und jeder Kummer schmilzt dahin, während ich seine grenzenlose Liebe zu mir akzeptiere. Und vielleicht bemerkst du es, wir wenden uns an ihn, indem wir unsere Aufmerksamkeit auf die Mitte der Brust richten. Dort sind wir in seiner Gegenwart. Und hier sind wir selbst ermächtigend. Und hier finden wir unsere wahre Kraft und unsere wahre Stärke. Und hier ist das, was wir der Welt geben wollen. Denn in Wahrheit wollen wir der Welt nur Frieden geben, weil wir dadurch Selbstfrieden erfahren. In Wahrheit wollen wir die Welt nur lieben oder segnen, um sie letztendlich, um diesen Segen und diese Liebe zu erfahren und letztendlich die Welt zu erlösen von unseren Belangen, von unseren Geschichten, von unseren Vorstellungen, wie irgendetwas zu sein hat. Und endlich machen wir die Welt los von allen Dingen, wofür wir sie hielten, um die Wahrheit über uns zu erkennen. und die Wahrheit, die wir sind, vielleicht fühlst du dies, während du noch weiterhin in deinem Herzen verweilst, die Wahrheit über dich hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was du gedacht hast. hat auch nichts mit deinen persönlichen Belangen oder Geschichten zu tun, hat nichts mit deiner Vergangenheit zu tun. Es ist ein Erwachen im Jetzt. Und das ist die Aufforderung Erwache im Jetzt. Genau hier und mit ein bisschen Training wirst du in diesem Gewahrsein verweilen können. Die Welt scheint sich weiterhin zu bewegen, aber du bist verankert, verwurzelt. Du bist dir deines Herzens und des Segens darin gewahr. Und du wirst erkennen, dass Gott dir alles gegeben hat und du möchtest es nur noch weitergeben. Und dann können dich keine Probleme mehr erreichen. Keinerlei Problem kann dich dabei erreichen. Für einen problemorientierten Menschen ist das fast unmöglich zu glauben. Selbst eine Stunde ohne Probleme zu sein, versetzt dich in einen dermaßen Glückszustand, dass du es überhaupt nicht begreifen kannst. wenn du nur eine Stunde bereit bist, diese Welt aufzugeben, sie völlig loszulassen, all die Dinge, die dir zu widerfahren scheinen, nichts mehr zu investieren. Wenn du deine Investitionen zurückziehst, dann wirst du sehen, was du bist. Was investieren wir denn alles in diese Welt? ständig muss irgendetwas getan werden und wir glauben, wir könnten aus uns heraus irgendeine Entscheidung treffen, die uns glücklich macht oder in Frieden bringt. Anerkenne einfach nur, ich habe mich getäuscht. Ich folge jetzt diesem universellen Lehrplan, dem ich nur deshalb begegnen kann, weil er perfekt auf mich zugeschnitten ist. und ich kann während ich jetzt so mit dir bin, kann ich es manchmal gar nicht begreifen, wie dankbar ich bin, diesem universellen Lehrplan hier begegnet zu sein. Ich habe gestern etwas formuliert, ich wüsste, ich möchte mir gar nicht vorstellen, in welchen Untiefen ich gelandet wäre, ohne oder welchen seltsamen Konzepten und Untiefen, letztendlich geistigen Untiefen, wenn dieser Lehrplan nicht zu mir gekommen wäre. Ja, vor gefühlt 30 Jahren, gefühlt gerade jetzt und in der Zeit fast 30 Jahre. Das ist echt ein Ding, muss ich schon sagen, was das alles beinhaltet und das sollte dir einfach eine Idee auch nochmal geben, diese Geistesschulung, die bewerkstelligen wir nicht einfach nur mal, weil ich das Buch gelesen habe, sondern wirklich durch eine Hingabe und eine Praxis die uns völlig entfacht. Ich habe vor kurzem mit einem Bruder gesprochen, der seit, ich weiß nicht, zwei, drei Jahren diesen Kurs intensiv studiert und immer wieder jetzt habe ich es, jetzt habe ich es und ich konnte ihm einfach nur sagen und in ein paar Jahren wirst du wieder auf mich zukommen und jetzt habe ich es, weil ich konnte mir auch nicht vorstellen, als ich vor 20 Jahren einfach nur ein Beispiel, wenn ich vor 20 Jahren diesen kurz aufgeschlagen habe, wow, jetzt, jetzt habe ich es, diesen Satz muss ich unterstreichen, diese Lektion ist es, jetzt habe ich es kapiert, was mich auch manchmal oder einfach auch dazu veranlasst, jetzt kann ich den Kurs verkaufen, verschenken, versenken, irgendetwas oder und dergleichen mehr, nur um zu erkennen, es geht noch tiefer, es geht noch tiefer und es geht in so viele Schichten meiner Persönlichkeit halten noch an dieser Geschichte fest, die ich erfunden habe und je offener und je mehr Bereitschaft wir hier hereinbringen, desto erstaunlicher ist es, was sich alles in unserem Menschsein aufzeigt und was wir dann freudig, freudig abgeben, wow, mit dem habe ich nicht gerechnet, das gebe ich gerne auf. Und dann sind wir dankbar, dass sich diese Dinge in unserer Wahrnehmung zeigen, denn wir erkennen immer mehr, es ist tatsächlich nicht wahr und dieses Problem hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Ich habe nur Energie und Gedanken, also Gedanken, Energie in diese Situationen investiert und habe gedacht, das ist wichtig. Ich habe mich sehr wichtig genommen in meinen Geschichten und in meiner Wahrnehmung über die Welt und über dich. Ich konnte natürlich dann sehr wichtig erklären, unter welchen Problemen ich leide und in welchen Situationen ich wieder Opfer bin, alles sehr wichtig. Und je mehr wir, wie vorhin schon gesagt, je mehr wir bereit sind, unsere Investitionen in unsere zwischenmenschlichen Beziehungen zurückzunehmen, desto schneller beginnen wir zu heilen. Letztendlich ganz einfach formuliert und jeder von uns sollte irgendwann an diesen Punkt kommen, zu erkennen, dass es so ist und eine sehr hilfreiche Anwendung hierfür ist, ich möchte es noch einmal vorlesen, weil ich liebe diese Formulierung, der Segen Gottes leuchtet auf mich aus dem Innern meines Herzens, wo er wohnt. Du suchst Gott, die Türe geht nach innen auf. Du suchst Liebe, die Türe geht nach innen auf. Du suchst Freude, Glück, Gesundheit, Wohlstand, Schönheit, die Türe geht nach innen auf. In dein Herz, wo er wohnt. Du möchtest Einheit mit Gott erfahren, die Türe geht nach innen auf. Und dort wirst du finden, wonach du gesucht hast. Und dort wirst du erkennen, was du bist. Ganz sanft, ganz still, absolut schlicht. und hier müssen wir nichts mehr verändern. Hier müssen wir nicht mehr anders werden. Hier ist tatsächlich alles perfekt. Und hier wirst du erkennen, du bist genauso gewollt, wie du jetzt bist. Es ist ein Irrtum zu glauben, du müsstest dich noch verändern oder ein besserer Mensch werden. Fühle deine Unschuld, fühle dein Licht, fühle diese Schönheit, wenn du die Türe nach innen öffnest. Und plötzlich die Schönheit, die innen ist, sich in die ganze Welt hinaus ausdehnt. Ich segne die Welt, weil ich mich selber segne. Hierin heilen wir ganz sicher. die vor 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 es ist, wenn du Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020